Heyo Leute, CRIMEX hier, was geht, der Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Fortnite und heute werden wir mal wieder eine Runde Hide & Seag spielen mit insgesamt hier sechs YouTubern, Leute. Heute mit dabei, einmal Lofty. Yeah, cooler Dunking. Dann ist da noch einmal Steely zu dem Breely. Okay, okay. Dann ist da noch einmal MBK. Samazameiko, ich bin da aus, dann hat das Vertrauen. Okay, und dann ist da noch einmal SU. Es gibt frische Bananen für alle, weil er artig war. Haha, und Enrico Italia. Leute, der Gewinner, wen ich nach 15 Minuten nicht finde, der darf sich wieder was im Itemshop aussuchen. Ihr kennt doch die Regeln. An alle Zuschauer, lasst jetzt mal ein Like und ein Abo da. Und das Ding ist, wir werden heute in dem neuen Covered Caven, oder wie dieser Ort heißt, werden wir das Hide & Seag spielen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den neuen Ort so findet. Aber Leute, davor müsst ihr euch um einen Gefallen bitten. Und zwar, da drin sind noch richtig viele Wachen und sogar ein Boss. Ich würde sagen, wir werden das jetzt hier einmal kurz clearen. Wir werden uns einmal kurz jeden schnappen und dann werden wir Hide & Seag spielen, Leute. Let's go! Alter, Leute, wie riesig der Ort ist. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, wieder alle zu finden. Aber Leute, wie gesagt, wir holen uns jetzt hier erstmal die ganzen EO-Wachen. Wo sind die denn? Wo seid ihr denn, ihr kleinen Paulberger? Oh, warte, da sehe ich einen. So. Einer ist hier schon mal weniger. Oh mein Gott, Leute, schau mal, hier ist sogar der Boss. Oh mein Gott, Leute. Kommt mal alle her, Jungs. Komm, wir holen uns zusammen den Boss. Raus aus meinem Grotto hier. Das ist doch das neue Grotto. Der Ort gehört jetzt mir. Ich bin jetzt hier der neue Boss. Der neue Hide & Seag-Boss. Oh, warte, ich schieße hier gegen die Wand. Nice, Jungs. Boah, und man kriegt hier eine mystische Covered Caven. Leute, wisst ihr was? Damit werde ich euch einfach jagen. Damit werde ich euch jetzt gleich holen bei Hide & Seag im neuen Covered Caven. Oder wie der Ort hier heißt. Ich will immer Covered Canyon sagen. Okay, meine Freunde, alle sind versteckt. Ab jetzt habe ich 15 Minuten Zeit, um die Paulberger zu finden. Leute, ich achte hier auf jeden Fall auf die Uhr unter der Map. Also bis quasi 1 Stunde 30 habe ich jetzt hier Zeit, die Paulberger zu finden. Es geht los. Und Alter, ist der Ort riesengroß. Der ist ja wirklich hier im gesamten Berg, Mann. Holy moly. Ey, ich weiß, ich glaube, ich werde niemals alle finden. Das ist doch schon wieder so ein Ding wie damals in Tilted Towers, als ich mit denen aufgenommen habe. Ich werde jetzt wieder so vielen Leuten ein Skin kaufen müssen. Ich werde heute wieder richtig rasiert. Ich weiß doch schon, wie das Ganze läuft. So, okay, wir gucken erst mal hier ein bisschen außen. Alter, schau mal, hier sind so Bohrer. Alter, das wurde hier alles gebohrt. Das ist total krass hier. Okay, so, die könnten ja hier wirklich hinter jedem Stein, könnten irgendwo Leute chillen. So, hier ganz gut aufpassen. Esju, macht hier schon irgendwelche Geräusche? Jungs. Fühlt ihr euch gerade zu sicher in euren Verstecken? Kann das sein? Oh, Leute. Ich bin da nicht sicher. Sei sehr ehrlich. Oh, man muss hier auch die Mülltonnen weglatschen. Das darf man nicht vergessen. So, okay. Ich werde hier erstmal so ein bisschen diesen Außenbereich abchecken. Ey, die können ja... Oh mein Gott, hier gibt es ja auch eklige Verstecke. Zum Beispiel hier. Ey, krass. Okay, man muss hier wirklich aufpassen. Man muss hier wirklich aufpassen. So, wir machen hier erstmal so ein bisschen diesen Außenbereich absuchen. Und dann würde ich sagen, gucken wir innen drin in den Häusern. So, alles gut. Ach ja, Leute, warte mal. Es gibt doch hier auch diese Signalpistolen. Was wäre denn, wenn ich eine Signalpistole aktivieren würde? Also, wenn du das Item usen solltest, bin ich so auf dich. Ja, ist verboten. Und du musst jedem was kaufen als Strafe. Oh, okay, okay, okay. Die Jungs nehmen mir das übel. Aber ich... Nee, nee, egal. Wir machen ohne das. Wir machen ohne das. Ich bin ja kein Schmalspur. Ich bin doch der Heid-and-Sieg-Boss. Nur Schmalspurer brauchen diese Pistole. Lol. Alleine, was ist denn hier für ein geheimes... Was ist das denn hier für ein System? So ein Tunnelsystem. Irgendjemand wohnt hier. Hier ist ein Automat, eine Badewanne und so. Alter, ich habe hier ein richtig... Alter, Duschräume und so. Hier ist wirklich ein ganz... Einen Fitnessraum gibt es hier auch noch. Alter. Bro, hier ist... Ey, das ist hier wirklich komplett... Ich kann es komplett... Ich werde schon mal... Ich gebe schon mal... Ich kann... Ich wollte gerade sagen, ich werde allen was kaufen. Wen habe ich hier gefunden? Lachy, Lachy, Lachy. Das musst du bitte bereuen. Und guck zweimal über deine Schultern diesmal. Alter. Ich finde... Ey, man hoffe, ich muss sagen, gutes Versteck. Trotzdem dennoch gutes Versteck gewesen. War halt einfach nur Anlag... Wer hat denn hier was gebaut? Da irgendjemand hängt doch hier in diesem Luftkanal. Wenn hier schon was Gebautes ist. Warte mal. Ist hier jemand drunter? Nein. Oh, das wäre aber auch dieses 3000 IQ-Ding. Ähm... Da ist doch was Böses im Busch. Ne, aber warte mal. Hier draußen darf man... Also wer irgendwo draußen ist, nicht erlaubt. Wirklich nur in der Höhle drin. Deswegen muss ich hier gar nicht suchen, weil wer draußen ist, ist sowieso disqualifiziert. Okay, dann machen wir hier mal weiter. Hier war ich noch nicht. Ey, Schlafräume gibt es hier auch noch. Leute, dieser Ort ist so riesig, Mann. Alter. Hat er Luftkanäle draußen? Was meinst du? Luftkanäle draußen? Nein. Ne, ne, ne. Aber ich meine diese, wo man so hochfliegen kann, ne? Okay, ich habe meinen Freund gefragt. Alles gut. Alles klar. Okay. Ich glaube, hier war jetzt keiner mehr in diesen... Also ich glaube, wir haben hier diese ganzen Kanäle abgecheckt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Waren wir hier drüben schon? Ey, ich verlaufe mich hier auch voll. Ich verlaufe mich hier auch einfach. Ne, doch, hier waren wir. Hier waren wir. Okay. Also diesen Bereich haben wir auch abgesucht. Und wir kommen von da drüben. So, dann schauen wir mal... Schauen wir mal hier so. Ey, Leute, also... Ich kann das Safe so vergessen. Ich kann das Safe so vergessen. Alle zu finden. Unter die ganzen Treppen schauen. Man muss hier wirklich diese ganzen Bummi-Verstecke auch bedenken. Hier oben geht es noch weiter. Ey, also der Ort ist... Ist das der neue größte Ort in Fortnite? Ich könnte es mir vorstellen. Das ist schon wirklich riesig. Ey, Safe. Das ist schon wirklich riesig. Der ganze Berg wurde hier untermauert. Der Typ, der Boss, der das hier gebaut hat, der hat auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall ein Immobilienhai. Das ist ein ganz kranker Bauer hier. Das ist einfach Bob, der Baumoster, der das gebaut hat. Ja, das ist ein Bauer. Zeit, Tick, Max. Ja, ich weiß, Stili. Aber ich bin auch dabei, euch gerade zu finden. Boah, das wäre auch... Wenn hier jemand chillt, das wäre auch ekelhaft. Wir laufen hier mal entlang. Ich glaube es zwar nicht, aber man muss hier auf Nummer sicher... Nee, hier ist keiner. Hat hier gerade jemand geschossen? Nein. Okay, okay. Ich fange einfach schon an zu halluzinieren. Wenn ich hier wahnsinnig werde, weil ich keinen finde. Ich habe immer Angst, dass sie in irgendwelchen Stein rätseln. Es sind ja überall diese komischen Steine. Ich glaube, das sind so eklige Verstecke. So, dass sie auch immer schön weghauen. Dann gehen wir mal... Wisst ihr was? Wir gehen mal hier diesen Flügel entlang. Ob hier irgendjemand ist? Hm. Okay. Okay. Hier ist auch alles ruhig. Ich habe erst einen gefunden, Leute. Checkt ihr das? Erst einen. Warte mal, aber wenn hier ein Boss ist, dann muss es hier doch auch einen Tresor geben. Vielleicht ist jemand in einem Tresor drin. Vielleicht könnte jemand in einem Tresor drin sein. Wir hauen das hier mal weg. Keine Ahnung, was hier ist. Hat richtig viel Leben. Warum hat das so viel Leben, dieser Container hier? Denk an die Zeit. Ja, ich weiß ja. Noch neun Minuten. Alles gut, Enrico. Okay, jetzt sind wir hier bei dem Eingang, wo wir gestartet haben. Man muss alles bedenken hier. Man muss hier wirklich mit den Schlingeln alles bedenken. Ey, okay, Jungs, Jungs. Bin ich schon mal an irgendjemandem vorbeigelaufen? Ich sage mal so, ich habe dich wirklich laut bei mir gehört. Ich habe deine Fußschritte gehört. Okay. Bei mir noch gar nicht. Irgendjemand fliegt hier rum. Ist das... Ich habe dich auch oft gesehen schon. Ich habe irgendjemand rumfliegen gehört. Bewegt hier gerade jemand? Weil das ist nicht gestattet. Oder, Lofty, bist du das? Glaube nicht. Oha. Ich höre auf jeden Fall jemanden sehr... Oh, war es nein. Warte mal, kann man hier in diese Luftkanäle rein? Magst du das nicht? Steely. Das geht, glaube ich, nicht. Das wurde heute nämlich gebannt. Ja, 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 ja. Ey, schau mal, man kann hier... Man kann hier in diese ganzen Luftkanäle rein. Okay, ich habe es jetzt abgebaut, aber das ist ja ekelhaft hier. Wir schauen mal... Ey, Bro, ich verlaufe mich hier wirklich noch. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Man könnte hier wirklich auf jedem Schrank gefüllt so chillen. Okay, wir suchen weiter, Leute. Ich habe nur noch sieben, fast acht Minuten Zeit. Es sieht nicht so gut aus gerade, weil ich das eingefunden habe. Aber wer weiß, wir gehen ja jetzt auch erstmal in die Häuser rein. Vielleicht geht es ja jetzt gleich schneller. Ich habe ja erstmal so diesen Außenbereich ein bisschen so gesaved mäßig. Ah! Enrico, Enrico, Enrico. Ja, Leute, seht ihr, man muss nur lang genug suchen. Ich wusste, das sind die Verstecke, wo ich gucke immer, so hinter Treppen und so. Ich wusste, irgendwo werde ich da jemanden finden. Ey, hier schon wieder so Luftkanäle. Alter! Ey, das ist ja wirklich der krankeste Hide and Seag-Ort, Leute. Und hier sind überall so... Irgendwelche Leute leben hier immer. Hier sind wie so Wohnzimmer aufgebaut. In diesen Luftdingern. Und jetzt sind wir, glaube ich... Genau, jetzt sind wir da, wo wir gerade waren. Okay, jetzt sind wir wieder drin. Aber das Ganze hier erstreckt sich auch noch über mehrere Etagen. So, komm mal, wir müssen ja hier noch hoch. Okay, wir gehen jetzt hier mal hoch, Leute. Jemand auf der Kanone. Warte mal, wir können doch mal hier ein bisschen... Ich werde mir hier mal ein bisschen den Überblick von oben verschaffen. Wir sind hier reingekommen, sind da unten entlang gelaufen, haben den Flügel hier gecheckt. Dann haben wir den Flügel da hinten gecheckt. So, hier den Bereich müssen wir aufsachen. Ich sage mal so, Marc, ich habe dich gerade gehört. Ich habe dich gerade noch gehört. Okay. Ich sehe sogar deine Schritte. Bist du gerade Richtung NW? Obwohl, ich weiß gar nicht, welche Richtung du da bist. Ich weiß es nicht, Bro. Aber ich habe hier die obere... Ich glaube, Steely prankt mich. Nein, nein, nein. Ich sehe wirklich deine Schritte. Ich habe halt Zaum hier so visualisieren an. Und ich sehe deine Schritte ja hier geblendet. Und das heißt, du musst eigentlich schon... Okay, das ist schon gefährlich, ne? Oha, jetzt bist du weg. Besser ist das. Warte, der muss hier irgendwo sein. Jetzt wirst du bitte... Nein! Okay, es wird wärmer. Es wird wärmer. Oha, okay. Jetzt ist aber... Oder... Was für Steven hast du da? Steely McBreeley. Ich glaube, ich weiß in etwa, wo sie sich befinden. Das können sie nicht wissen. Oha. Warte. Ich muss ja hier kurz diese Luftkanäle immer wegschießen. Ist der Typ denn? Okay, ich glaube, ich weiß doch nicht, wo Steely McBreeley ist. Leute, es sieht gerade gar nicht mal so gut aus. Ich habe nur noch fünf Minuten Zeit. Und ich glaube, es fehlen noch drei Leute, oder? Esju fehlt noch. Du hast mich noch nicht gefunden. Steely fehlt noch. Und wer fehlt noch? Also ich bin auch noch unterwegs. Und MBK hat auch immer böse Verstecke. Muss man auch wirklich ihm lassen. Hm. Das Ding ist... Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mich diesmal easy findest. Ich bin langsam ein bisschen... Ich bin langsam ein bisschen am Ende mit meinen Ideen. Hm. Wir laufen mal... Warte mal, was ist das denn da oben? Was ist das denn da oben? Da oben könnte ja auch jemand chillen. Warte mal. Nein. Aber ey, gutes Versteck. Hast du mich gefunden? Bro, ich sage dir, hart auf hart, hättest du die Kiste aufgemacht, hätte ich dieses Leuchten hier nie gesehen. Das wäre mir nie aufgefallen. Ach, wegen der Kiste? Oh mein Gott. Ich dachte sogar, das wäre vielleicht cool, wenn ich das da einfach lassen würde. Oh, warte mal. Und SU hat mir die Tresorkarte getroppt. Vielleicht müssen wir gleich mal hier den Tresor noch uns einmal anschauen. Können wir gleich mal noch machen. Aber wir schauen jetzt hier erstmal... In dem Bereich war ich nämlich noch nicht hier. In diesem... SW... Oder S-Bereich. Hm. Okay, das heißt, es fehlt jetzt noch MBK und... Steely. Wie viel Zeit hast du noch, Max? Den höre ich denn hier rumfliegen die ganze Zeit? Bestimmt ein Bug. Ey, wer mit so Luftkanälen rumfliegt und draußen ist, ist disqualifiziert, ne? Was? Oh, vielleicht ist einer auch irgendwo zwischen irgendetwas. Also, er fliegt, ne, die Person? Ich weiß es nicht. Ja, aber so verklitschnäßig, ja. Ah, okay, warte, das läuft die, oder? Ah, nee. Oh, nein, das hier... Lol! What? Nein, das war der Steelskin, den du gerade reingemacht hast. Und das war aber hier so ein Boss. Lol. Ich hab... Alter, lol! Lol! Wer ist hier in diesem Luftkanal? Guck mal, ich war hier eigentlich. Aber da hat man mal ein Country gesehen. Ja. Und deswegen war ich hier. Stark. Aber erwischt. Krass, er war einfach da unten. Wirklich gutes Versteck. Das heißt, es fehlt jetzt nur noch Steely, oder? So schaut's aus, Max. Steely, Breely fehlt noch und ich hab noch 2 Minuten 40 Zeit für einen zu finden. Werde ich hier wieder der Hide-and-Seek-Boss sein. Und er muss irgendwo hier sein. Also, wenn er nicht geblöfft hat. Wenn er nicht geblöfft hat, dann muss er irgendwo hier sein. Warte mal. Wisst ihr was? Ich lauf mal zu dem Tresor, weil da war ich ja auch noch nicht. Vielleicht ist er ja auch beim Tresor irgendwo. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich seh die Schritte. Wie lange, wie lange hast du noch überhaupt, Max? 2 Minuten 20. Wisst ihr was? Wir werden auf Chillic mal noch den Tresor öffnen. Wir gucken uns jetzt mal noch den neuen Tresor. Den hab ich nämlich noch nicht gesehen von dem Ort hier. Steely würde ich ja auch einen Skin gönnen, aber wir gucken jetzt gleich mal. Boah, wie krass wäre das, wenn er jetzt im Tresor drin wäre, wenn er sich hier irgendwie reingeklitcht hat. Boah, Leute, guck mal, wie der Tresorraum hier aussieht. Guck mal, jetzt hier ein bisschen auf Satisfying. Guck mal, wir machen hier mal kurz auf. Zack, zack, zack. Ich gönne euch. Ich gönne euch doch, Leute. Ich gönne euch doch. So, hier. Ich weiß doch, ihr findet das hier Satisfying. Bam, 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 alles aufgemacht. So sieht der neue Tresorraum aus. Aber wir müssen jetzt noch kurz Steely finden. 2 Minuten habe ich noch Zeit. 2 Minuten noch. Schau dir mal die ganzen Kisten an. Hast du das alles geöffnet dort hinten? Das Ding ist Steely. Naja, ich hab alle geöffnet. Du musst irgendwo hier sein. Also, sag mal ehrlich, hast du geblufft, was die Steps angeht? Nee, nee. Guck mal, ich sag dir jetzt noch einen Tipp. Oh, mein Gott, ja. Ich höre es halt auch. Ich ruhe ein bisschen weiter weg sofort. Ich würde sagen, von mir aus ungefähr... Bisschen weiter weg hört er es. Aber man hört dich auf jeden Fall. Aber du hörst meine Steps. Meine Steps sehe ich halt auf diesem Sound visualisieren. Und er war... ...hier irgendwo. Warte mal, weil ich darf jetzt keine weiteren Tipps mehr kriegen. Ich darf natürlich nicht die Pistole verwenden. Die letzte Minute, Max. Oh, Steely hat ein gutes Versteck. Wo könnte er sein? Bin ich schon mal an dir vor... Ich bin aber nicht auch schon mal an dir vorbeigelaufen, oder? Ich sag mal so. Es ist schon schwierig, an dir vorbeizulaufen. Aber man ist auf eine Art und Weise auch schon... ...sehr kritisch zu erklären. Okay. Er wird irgendwo... ...relativ... ...verkämmt sein, wo man jetzt nicht so unbedingt vorbeiläuft. Ich sag mal so. Ich seh zwei Slurp-Fässer neben mir. Und ein PC. Aha. Und einen kleinen Kühlschrank. Muss doch irgendwo hier drin sein. Okay, weißt du was, Bro? Warte mal, ich geb auf. Du hast gewonnen. Aber bleib mal in deinem Versteck. Okay. Ich schieß mal mit der Fläger nach oben. Nein. Selbst da wirst du mich nicht finden. So, der wird's nämlich sein. Ich seh grad... Ich bin nämlich gar nicht drin in der... Ich war's, okay, nein. Ich seh hier grad wirklich nix angezeigt. Hä? Vielleicht bin ich in Tilted's powers. Wo ist Steely? Nee, er wird mir wirklich nicht angezeigt. Steely? Komm mal raus, Bro. Ich will wissen, wo er versteckt war. So. Max, warte mal. Ich hol mir jetzt meine Waffe. Zack. Hier, hörst du mich? Warte, schieß nochmal. Ja, aus der Richtung kommt der. So, Max. Warte, 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 warte. Ich höre auch die Steps. Ja, ja, ich höre ich. Du bist über mir, ne? Ich glaube schon. Ja, hier. Der saß auch komplett einfach hier reingestellt. Und dann hier. Lol. Ey, soll ich dir mal was krasses sagen? Ich hab noch zwei weitere von solchen Räumen entdeckt. Also, wo irgendwie so Leute hinter so Kanalisationen leben. Irgendwie so. Ach so. Okay, okay, okay. Diese Röhren hier, die ziehen sich komplett durch den ganzen Ort. Ja, hab ich mir auch aufgefallen. Chee zu dem Double Chee. Steely hat gewonnen. Er darf sich jetzt was im Itemshop aussuchen, Leute. So, und Geschenk kaufen für Steely. Und verschicken des Geschenks, Leute. Verschicken des Geschenks. Und, Leute, es ist angekommen. Leute, ihr wisst natürlich Bescheid. Bei mir kriegt jeder immer seine Skins, wer sich gut versteckt. Steely, viel Spaß mit deinem neuen Skin. Kannst ja gleich mal gucken, was du bekommen hast. Und dann würde ich sagen, Leute, das soll's gewesen sein. Lass dein Like und dein Abo da. Und bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crymax.